Seid gegrüßt, liebe Leute, wir reagieren heute auf den radikalen Demokraten. Und wenn da jetzt viele denken, ach nee, nicht schon wieder diese Walk-Bubble, nicht schon wieder irgendwelche Grabenkämpfe, nein, keine Sorge. Dara hat ein Video über das Bütt des Sarah Wagenknecht gemacht. Er beschäftigt sich also tatsächlich mal ausnahmsweise mit der Bundespolitik und hetzt nicht gegen andere kleine Streamer wie Politopia. Naja, das macht das, was er hier anrichtet, nicht weniger schlimm. Er hat ein neun Minuten langes Hetz-Video gegen das Bündnis Sarah Wagenknecht rausgehauen, was Zuschauer halt indoktrinieren soll und was traurigerweise mittlerweile, ihr seht das hier, über 2000 Aufrufe erzielt hat. Das ist nicht gut, das ist absolut nicht gut, aber wie gesagt, wir werden darauf jetzt einfach reagieren. So, Sarah Wagenknecht. Das Intro schon. Sarah, radikal demokratisch. Ja, radikal demokratisch ist es, Gegner sperren zu wollen. So wie die Walkie-Bande das mit KuchenTV. Hat jetzt mit ihren Streiterinnen und Streitern zusammen eine neue Partei gegründet. Und zwar Bündnis Sarah Wagenknecht. Viele von euch haben es natürlich kommen sehen durch die ganzen Pressekonferenzen der letzten Zeit. Und ja, cool, Sarah Wagenknecht hat anscheinend meinen Stream geschaut, weil ich immer wieder in meinem Stream gesagt habe, dass sie da aufpassen muss, weil wenn sie da einfach jetzt salopp eine Partei gründet, dann wird die natürlich direkt überrannt von den übelsten Schwurblern. Und das will sie nicht. So schlau ist sie. Nein, das ist nicht das Problem. Erstens, also das wird jetzt wahrscheinlich Dara's ganzer Punkt sein, nehme ich mal ganz stark an. Erstens geht es nicht darum, irgendwelche Schwurblätter, das Sein so aus der Partei, rauszuhalten, sondern die alten Grabenkämpfe aus der Linkspartei nicht zu importieren. Und zweitens irgendwelche Glücksritter oder anderen ideologisch stark voreingeprägten Gruppen abzuwehren. Also bei der AfD ist es ja passiert, dass sie dort drei Vorsitzende verschlissen haben. Und der aktuelle Vorsitzende auch mehr oder weniger ein Kompromisskandidat aus mehreren ideologischen Lagern ist. Solche Lagerkämpfe will man im Bündnis Sarah Wagenknecht logischerweise vermeiden, da man halt will, dass die Partei sich dafür einsetzt, wofür sie auch gegründet wurde. Ganz genau weiß, dass das ihre Partei direkt erstmal zerschießen würde, das ist gerade der Tagesspiegel. Und sie hat mal in den Stream geschaut und sich gedacht, okay, da muss ich vorbereiten. Meint der Typ das ernst oder ist das Satire? Also sie hat mal in den Stream geschaut. Also wer sich politische Ratschläge bei Dara holen würde, die mir nicht mehr zu helfen und dessen Partei würde ich auch niemals unterstützen. Da muss ich schauen, dass ich irgendwas unternehme, dass das nicht passiert. Hat sie sehr schlau gemacht, sie hat erstmal einen Verein gegründet und sie hat ganz genau geguckt, wer da in die Partei reinkommen kann und wer nicht. Und aktuell soll die Partei wohl so circa 500 Mitglieder haben. Damit kann man erstmal alle Posten besetzen. Erstmal dafür sorgen, dass das nur Leute sind, die handverlesen sind praktisch von Sarah Wagenknecht. Die haben dort auch sowas wie Gesinnungsprüfungen und so gemacht. Also schon harte Methoden angewandt, damit das Ganze so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und sobald man dann eben alle wichtigen Posten... Selbstverständlich. Also jede große deutsche Partei hat in ihrer Anfangszeit große Probleme mit sehr extremen Splittergruppen, die da massenweise beigetreten sind. Also bei den Grünen, da gab es so ein pädophilennetzwerk, was dort versucht hat, hegemonial zu werden. Bei der FDP, da gab es ganz viele Altnazis, die versucht haben, die Kontrolle über die Partei zu übernehmen. Also das ist eine sehr, sehr lange Geschichte von sehr extremen Gruppierungen, die versucht haben, eigentlich Mainstream-Parteien zu übernehmen. ...besetzt hat mit eben den Leuten, die einem sehr genehm sind. Dann ist das meistens kein Problem oder zumindest wesentlich weniger ein Problem, zu kontrollieren, wer da als nächstes in die Partei kommt, wenn man die Partei dann für die breite Öffentlichkeit öffnet. Weil da werden ohne Zweifel eine ganze Menge Schwurbler versuchen, in die Partei zu kommen, weil die meistens am aktivsten sind, die normal... Also laut Dara ist Sarah Wagenknecht eine Verschwörungstheoretikerin. Das hat er ja in seiner Diskussion mit mir immer wieder behauptet. Wahllos, die sind meistens eher zurückhaltender und denken sich, okay, ich warte erstmal ab, was aus dieser Partei wird. Und Sarah Wagenknecht versucht genau da zu intervenieren und zu gucken, dass eben die Schwurbler dann nicht direkt die besten Posten besetzen und man die da nicht mehr los wird. Und FDP unter 5 Prozent, Wagenknecht-Partei käme laut jüngster Umfrage auf 7 Prozent. Ich weiß nicht genau, was das natürlich jetzt für eine Umfrage ist. Ich habe jetzt nochmal Forschungsgruppe Wahlen rausgesucht. Die Umfragen sind jetzt noch nicht seriös, da viele Menschen den Parteinamen BSW noch überhaupt nicht kennen. Also das wird sich über die nächsten Monate noch entwickeln. Also die jetzigen Umfragen, die wir brauchen, da würde ich auch nicht allzu viel drauf geben. Das sage ich aber auch schon die ganze Zeit. Je länger man wartet, je näher man in den nächsten Wahlen kommt, desto verlässlicher werden die Umfragen. Obwohl da natürlich immer gewisse Interessen reinspielen. Also diese Wahlforschungsinstitute, die werden auch von wem finanziert. Da gibt auch jemand diese Umfragen in Auftrag. Das muss einem einfach klar sein. Da ist die Partei von Sarah Wagenknecht drin und ihr seht, die ist bei 4 Prozent. Und das ist auch etwas, was ich geahnt habe. Es gab ja auch eine Umfrage zum Beispiel von der Bild-Zeitung, wo die Partei dann direkt 15 oder 17 Prozent oder sowas hatte. Oder irgendwie, lass es so etwas, im Dreh von 15 Prozent oder so. Und natürlich war aber diese Umfrage von der Bild sehr problematisch schon konzipiert, weil die Partei gab es noch nicht und dementsprechend hat man dann in die Fragestellung gesetzt, wen würden sie wählen, wenn sie auch das Bündnis Sarah Wagenknecht auch wählen könnten. Und dann wählen natürlich viele Leute in so einer Umfrage Bündnis Sarah Wagenknecht. So, was natürlich dann verzerrend ist. So, jetzt gibt es die Partei... Ja, und die Tatsache, dass viele Menschen die Partei noch nicht kennen, aber Sarah Wagenknecht mögen, die ist auch verzerrend. Deswegen sind die Umfragen, die jetzt verfügbar sind, noch nicht seriös. Jetzt kann man einfach fragen, wen würden sie wählen und dann entscheiden sich eben die Leute normal für eben ihre Parteienpräferenz und dann kommt am Ende 4 Prozent BSW dabei raus. Und naja, ich glaube, da hat eine Sarah Wagenknecht mit mehr gerechnet und auch auf mehr gehofft, aber das ist auch das, wo ich die Partei gesehen habe, weil meistens ist es so, natürlich eine neue Partei wird gegründet, dann sind die Leute erstmal hyped. Sarah Wagenknecht hat ja auch eine gewisse Fanbase, aber in dem Moment, wo das Ganze sich ausdifferenziert, das heißt... Umfragen, die schwanken zwischen 3 und 8 Prozent, was ich gesehen habe. Also man kann es erstmal noch überhaupt nicht einschätzen, das zeigt diese große Range. Das sind ja diese anderen Umfragen, die das BSW bei über 10 Prozent gesehen haben, teils bei 14 Prozent. Die deuten ja klar darauf hin, dass das Wählerpotenzial noch größer wäre, wenn das BSW bekannter werden würde. Wie gesagt, viele Menschen haben diesen Parteinamen schlicht und ergreifend noch nicht mitbekommen. Wo immer mehr Leute vorgestellt werden, die bei dieser Partei mitwirken, wo die Partei immer mehr Preis gibt, wofür sie stehen wird. Und das sorgt eben dafür, dass natürlich mehr Menschen sich das dann anschauen und sagen, ah, okay, achso, wenn die dafür sind oder wenn der dabei ist, dann will ich die nicht unterstützen. Und dadurch geht das dann immer nach unten. Und ja, und dementsprechend ist BSW... Also ich sehe jetzt nicht, dass die jetzt plötzlich doch bei 15 Prozent demnächst sind oder so. Dann ist natürlich alles möglich. Also ich kann mich auch irren, aber ja, also damit habe ich auch gerechnet. Und man sieht, der AfD hat das fast nichts gekostet. Es gibt auch andere Umfragen, wo die AfD relativ viel verliert. Aber wer tatsächlich verliert, das sind FDP und Linke. Also bei der FDP, da gibt es ja die ganze Zeit schon ein gewisses Trend, weil die Wähler besonders enttäuscht von der FDP sind, obwohl sie ja ihr Versprechen, die Schuldenbremse einzuhalten, mehr oder weniger erfüllt hat. Das zeigt, dass diese neoliberale Wirtschaftspolitik, wie sie die FDP fordert, mit Sparpolitik in der Rezession bei einer Abwanderung der Industrie nicht sonderlich beliebt bei den Wählern zu sein scheint. Man dachte ja, okay, die neue Partei würde dann irgendwie die AfD halbieren. Aber nein, das hat sich halt ausdifferenziert. Ja, im MT aus der B schreibt es gerade im Chat heute zwei Umfragen. Einmal 7 Prozent, einmal 8 Prozent. Wie gesagt, die Umfragen von Insa mit 12 Prozent, 14 Prozent würde ich jetzt auch nicht in der Tonne treten. Also wenn dieser Parteiname BSW bekannter wird und viel mehr Menschen klar ist, ach, dafür steht das BSW, dann kann es sein, dass die Menschen das dann auch wählen würden. Also viele Menschen interessieren sich nicht groß für Politik. Die verfolgen nicht täglich, was für neue Parteien wurden da gegründet. Ich schweige denn, wie heißen die oder was für ein Programm haben die. Viele Menschen haben Sarah Wagenknecht in einer Talkshow, in einer Nachrichtensendung auf YouTube gesehen und fanden das, was sie gesagt hat, relativ sympathisch und logisch nachvollziehbar. Und würden deswegen auch eine Partei, wo Sarah Wagenknecht eine Spitzestunde wählen. Und wenn das BSW bekannter werden wird, und das wird im Europawahlkampf auf jeden Fall passieren, dann werden die Werte, wie gesagt, ist jetzt meine Prognose, ich bin da voreingenommen, weil ich Werbung für die Partei mache, dann werden die Werte dort noch weiter steigen. Man, ne, die ganzen AfD-Wähler, die vielleicht interessiert waren, haben dann gesehen, ah, okay, das ist so eine Partei, ja, pff, weiß ich nicht. Ne, interessiert mich nicht. Ich bleib bei der AfD. Und dementsprechend hat das am Ende nicht wirklich irgendwas bewegt. Ich würde sagen, Wagenknecht könnte eine Umfrage zufolge bei der Bundestagswahl mit 7% der Stimmen rechnen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für Bilder am Sonntag erhebt, liegt die neue Partei da mit 3%-Punkte vor der FDP, die im INSA-Trend erst mal seit 2015 unter die 5%-Marke rutscht und nur noch 4% erreicht. Wie ist denn das hier? Achso, da ist sie auch bei 4%. Ja, also die Bild-Zeitung hat natürlich auch ihre eigenen Umfragen. Das kann natürlich alles immer stark schwanken. Wenn die da immer die gleichen Leute zum Beispiel gefragt haben oder einigermaßen die gleichen Leute und sie dann in der einen Umfrage gefragt haben, ja, die würden sich entscheiden, wenn man auch BSW wählen könnte und jetzt nochmal fragen, aber einfach jetzt offen, wen würden sie wählen? INSA schneiden regelmäßig BSW und AfD besser ab und bei Forsa schneiden diese Parteien regelmäßig schlechter ab. Also man hat hier schon einen gewissen politischen Bias bei den Instituten drin, das ist auch völlig logisch, da dort natürlich materielle Interessen hinterstehen. Also wir leben im Kapitalismus, das sind private Institute. Anzunehmen, dass die komplett neutral wären und nur der Wissenschaft verpflichtet wären, ist einfach naiv. Dann kann es natürlich sein, dass das noch sozusagen ja so einen Nacheffekt hat oder so. Aber ich bin ja jetzt nicht der Experte für die Umfragen, deswegen alle mögliche Gründe kann es geben, warum die da bei 7% anladen. Und es gibt meistens immer eine Fehlerquote bei Umfragen von so 2-3%. Die Linke würde mit 4% ebenfalls an der Hürde scheitern, wenn der Wählergrund jeweils einen Punkt zulegen würde. Du hättest dann FDP eventuell raus, Linke raus, Freiewähler raus, BSW raus. Das wäre schon happig. Und dann hast du SPD-Grüne mit insgesamt ein Drittel der gesamten Sitze im Bundestag und dann hast du CDU-AfD mit zwei Dritteln der Sitze ungefähr. Irgendwie so. Außer natürlich die Linken holen nochmal drei... Ne, Quatsch, die Regel gibt es ja jetzt nicht mehr. Da gab es jetzt eine Wahlrechtsreform und dementsprechend können die auch nicht mehr über Direktmandate in den Bundestag kommen. Hui! Also das kann natürlich zu Verhältnissen führen, die unglaublich schwierig werden. Und dann haben wir wahrscheinlich wirklich so eine Situation, wo dann SPD, Grüne und CDU gegen die AfD koalieren. Und was wäre dann? Naja, dann haben wir halt die Situation, dass wir dann im Bundestag eben eine Koalition haben, eine Regierungskoalition, die nur von rechts kritisiert wird. Nur von rechts. Links gibt es praktisch nichts mehr, außer natürlich die Linken kriegen zumindest aus der außerparlamentarischen Opposition sozusagen, in Anführungszeichen, kriegen sie Aufmerksamkeit oder schaffen es immer wieder, in den Diskurs zu rutschen und die Regierung von links zu kritisieren. Aber die Regierung kann dann praktisch nur noch scheitern, aus allen möglichen Gründen. Wahrscheinlich wäre diese Regierung aber noch stabiler als jetzt das, was wir jetzt haben mit der FDP, weil die FDP ist definitiv wesentlich irrationaler im Handeln, als es eine, als es jetzt so SPD und Grüne wären, wenn die dann als Juniorpartner die CDU bespielen. Aber wer weiß, was die CDU alles für den Scheiß machen möchte, wenn sie mal wieder in der Regierung ist mit dem Friedrich Merz. Naja, und dann kann die AfD praktisch nur gewinnen. Die Frage ist eben, ob das AfD-Potenzial inzwischen ausgeschöpft ist. Kann natürlich sein, dass da einfach nicht mehr für die AfD zu holen ist. Wie könnte man das denn verhindern? Durch eine starke linke Partei, die eine linke Kritik an der Regierung übt und eine Alternative von links bietet. Und genau das will das nicht machen. Wie schön der schwurbelt. Naja, die Analyse ist gar nicht falsch. Also die Leute, ist ja auch jetzt schon so, die Leute haben die Wahl zwischen einem Mainstream, also Rot-Grün-Schwarz-Gelb und zwischen einer rechten Alternative der AfD. Das ist die Wahl, die die Leute gerade haben. Wenn jetzt das BSW gegründet wird, dann haben die Leute noch eine linke Alternative, die deutlich andere Politiker als die Bundesregierung machen. Also wir haben schon so ein neoliberales Altparteien-Kartell. Das ist schon eine richtige Analyse. Also Dara würde dieses Wording jetzt nicht wählen. Also jeder, der dieses Wording wählt, der ist aus seiner Sicht wahrscheinlich ein Schwurbler. Aber das ist ja einfach eine Tatsache, dass es keine relevanten Unterschiede zwischen FDP, Grünen und CDU gibt. In Deutschland kann aber auch sein, dass die AfD dann plötzlich irgendwann bei 30 Prozent ist, bei 32 Prozent und so weiter und so fort. Das ist aktuell eben die Gefahr. Und wenn du immer mehr Menschen der Bevölkerung hast, die auch die AfD unterstützen, dann ist es natürlich umso schwerer, dann auch die Bevölkerung zu mobilisieren gegen Rechtsextremismus. Können die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen? Läge Oppositionsführer Friedrich Merz mit 28 Prozent erstmals deutlich vor Amtsenthaber Olaf Scholz mit 21 Prozent, auch super traurig, aber 28 Prozent ist halt auch nichts. Also Angela Merkel hatte immer stabil, glaube ich sogar bei 50 Prozent. Ein Ziegelstein würde für Olaf Scholz stehen, wenn er zur Wahl stünde. 50 Prozent, auch zu schwierigen Zeiten, war eine sehr beliebte Bundeskanzlerin und die sind beide eigentlich unbeliebt. 46 Prozent würden sich für keinen der beiden Kandidaten entscheiden, 70 Prozent der Wähler sind mit der Arbeit von Scholz unzufrieden, sogar 76 Prozent mit der Arbeit der Ampel-Koalition. Und dementsprechend dürfen wir weiterhin gespannt sein. Okay, es war weniger schlimmer, als ich gedacht habe. Also, ich gucke mir solche Videos natürlich nicht vorher an, wenn ich darauf reagiere. Also ich habe Besseres zu tun und die Debatte über uns hindern, die werden wir uns auf keinen Fall angucken. Das war Taubenschach. Aber ja, ich glaube, so werde ich es in Zukunft immer handhaben, wenn die Walkisten auf unser Lager reagieren, wenn sie gegen unser Lager schießen und dieses, ja, die Wagenknecht-Verteil wird von Schwurblern unterlaufen. Das war ja dieser typische Talking-Point, den er fährt, seitdem er über Sarah Wagenknecht redet. Ja, so lange werde ich auf diese Walkisten dann auch reagieren. Also ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, dass ich jetzt nicht aktiv schaue, was haben die gemacht, sondern dass ich immer, wenn sie gegen unser politisches Lager schießen, dass ich dann darauf reagiere. Und diese Leute sind zu relevant, um sie zu ignorieren. Das gilt vielleicht für so einen kleinen Streamer wie Dara nicht, aber es gibt wesentlich größere Streamer wie Shuyoka, Freiraum, Reho oder Dekalent, die ähnliche Narrative raushauen und die wirklich zehntausende junge Zuschauer indoktrinieren, in dieses gefährliche Walken-Lager einzutreten und jede Propaganda, die ihnen da erzählt wird, kritiklos zu glauben. Deswegen ist es wichtig, gegen solche Leute Gegenrede zu leisten. Ich sage das hier nochmal, weil ich in meinen YouTube-Konalen, in meinen YouTube-Kommentaren sehr häufig Leute sehe, die der Meinung sind, man solle jegliche Kritik an diesem Walken-Lager einstellen, da es doch keinen Sinn habe, diese Leute inhaltlich zu widerlegen, da sie ja keine inhaltlichen Argumente hätten, was natürlich stimmt. Also ihr habt es gerade gesehen. Wilde Spekulationen darüber, was passieren könnte, jetzt zum Schluss gar nicht mal so unlogisch, aber worin Sarawank nicht inhaltlich falsch liegt, was die Probleme der Ampel-Koalition sind, also was hier inhaltlich in diesem Land falsch läuft, beispielsweise Deindustrialisierung, Verarmung der Bevölkerung, Wirtschaftskrieg gegen Russland, massive Aufrüstung, all das ist natürlich überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Aber wie gesagt, solange die Walkisten gegen unser politisches Lager schießen, halte ich es für sinnvoll, auf sie zu reagieren.